Fennig mit Förster 2 zu 1 gegen Lockenwalde. Über so einen Sieg kann man sich sehr freuen, weil es gerade so spät gefallen ist, das Tor, oder? Ja, definitiv. Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht, wurden aber für unsere Arbeit in den letzten Wochen belohnt mit dem späten Siegtreffer. Das zählen nur die drei Punkte heute. Beschreiben Sie mal, Lockenwalde stand sehr, sehr tief. Sie konnten sich da nie so richtig befreien und dann die letzte Szene hat dann doch funktioniert mit Streti Mama gemeinsam. Da war ein Durcheinander im Strafraum. Ich habe es gar nicht mehr gesehen, ich lag am Boden, Mama hat auf einmal gejubelt, beide waren am Tor und dann haben wir ein glückliches 2-1 gemacht. Was sind denn diese drei Punkte jetzt wert? Zum ersten Mal 4-Punkte-Rückstand nur noch auf Jena, die sind morgen so ein bisschen unter Druck? Ja, die sind viel wert, weil Jena sieht, BAK und wir, wir jagen sie. Die müssen jetzt erstmal nachlegen. Wir haben jetzt vorgelegt und dann werden wir sehen, wie das Spiel ausgeht. Ich will auf jeden Fall ein Mal schauen. Ich will auf jeden Fall wieder sehen, wenn wir sehen, wie das Spiel einem noch einen Mal schauen. Wir sehen uns beim BKT-Rückstand, wie das Spiel barge, wir machen, die erstebeав摸, in der 2.0 oder die Testenschlze. Wir sehen uns beim BKT-Rückstand. Wir sehen uns beim BKT-Rückstand. Ich vermute wie das Spiel. Wir sehen uns beim BKT-Rückstand. Wir sehen uns beim BKT-Rückstand,